Wer weiß, was aus Ihrem Kind wird? Ein weltberühmter Nobelpreisträger? Vielleicht nicht. Aber im Togo Clever Club können Sie jetzt die Fähigkeiten Ihres Kindes fördern. Grundschulwissen vermittelt in 30 Spielanwendungen. Togo-Stars motivieren zum Schreiben, Rechnen und Entdecken. Hier macht Lernen richtig Spaß. Rechnen kann ganz schön cool sein. Nicht nur, wenn es ums Taschengeld geht. Sachkunde und Experimente. Basteltipps, die Ihr Kind inspirieren. Ein Probemonat gibt's dabei schon für 1 Euro. Ich weiß jetzt, wie zum Beispiel ein Stromkreis funktioniert. Der Togo Clever Club. Jetzt anmelden auf www.togocleverclub.de Warum sind KICK-Kundinnen so sexy? Darum, weil ein hochwertiges BHZ nicht mehr kosten muss als 4,99 Euro. Kleidung clever kaufen bei KICK. KICK, der Textildiscount. Und jetzt eine ofenfresche Pizza. Am besten eine mit einem lockeren Hefeteig, der mit erntefrischen Zutaten belegt ist. Eine, deren köstlicher Duft sich verbreitet, wenn sie frisch im Ofen hochbackt. Und die herrlich frisch schmeckt. Die Ofenfresche. Die Pizza, die ihre Namen verdient. Lauras Stern, der große Kinoerfolg als Doppel-DVD mit tollen Spielen. Ein richtiger Zauberstern. Flieg, kleiner Stern. Flieg. Lauras Stern. Jetzt neu auf DVD und Video. Kevin, kannst du mal eben die Katze füttern? Das war Kevin. Aber das ist real. Die neue Preiszeit geht in die nächste Runde. Jetzt schon über 2000 Markenartikel. Konsequent preisgesenkt. Real. Besorgst du doch einfach. Drei-Wetter-Taft erfindet das Haarspray neu. Taft kompakt. Sprüht so lang wie ein großes. Dank konzentrierter Wirkformel und mikrofeinem Sprühsystem. Dabei klein wie ein Mini. Für perfekten Halt. Bei jedem Wetter, den ganzen Tag. Technik statt Größe. Das neue Drei-Wetter-Taft-Kompakt. Schwarzkopf Professional Hair Care for You. Ein Traum wird wahr. Ein Traum, der Kinder lächeln lässt. Denn hier in Brasilien baut SOS-Kinderdörfer ein neues Gesundheitszentrum für Kinder. Heute haben wir den ersten Stein gelegt. Stellen Sie sich vor, ein Zahnpflegeprogramm gibt Kindern eine bessere Zukunft. Deswegen spenden wir bei jeder verkauften Blendermed-Tube. Cent für Cent, Stein für Stein. Blendermed. Gemeinsam für ein gesundes, schönes Lächeln fürs Leben. Das war Kevin, aber das ist real. Die neue Preiszeit geht in die nächste Runde. Jetzt schon über 2000 Markenartikel konsequent preisgesenkt. Real. Besorgst dir doch einfach. Dann schü verbetze. ـ